Willkommen zurück zu The Witcher. Beim letzten Mal ist das Spiel ja aus irgendeinem Grund abgeschmiert und ich muss jetzt automatisch einen Safepoint wieder laden und er hat uns jetzt so ein bisschen zurückgeworfen, aber jetzt nicht unglaublich tragisch oder sowas, aber wir waren ja beim letzten Mal auch auf Versuche nach einem Trank und so weiter und so fort und dann muss ich mal ganz kurz gucken hier, ob ich den vielleicht auch selber herstellen könnte, aber hier an die Feuerstelle zum meditieren und dann gucken, wo habe ich mir Alchemie, 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 wo habe ich denn hier einen Alchemie-Button? Habe ich nicht. Ich will aber Alchemie machen. Habe ich nicht? Keine Ahnung. Schon wieder ein bisschen eher, dass ich hier das Spiel gespiegelt habe. Ich gebe jetzt so, aber wir können sowieso mal hier bis zur Morgendämmung mal so ein bisschen meditieren. Einfach nur, damit bin ich ständig von irgendwelchen komischen Zombiehunden hier attackiert werden und sowas. Muss ja nicht sein. So, geh da nochmal ran. Vielleicht kannst du jetzt solche Mie machen. Na, nö, natürlich nicht. Ah, geh weg, weg, weg. Keine Stunden warten. Gut, hat denn der Kräuterkundler denn hier ein bisschen was? So, von den ganzen Tränken und sowas. Hier, Handeln. Auch wenn ich das wahrscheinlich nicht bezahlen kann, aber was hat er? Himbeersaft, Apfelsaft? Ist ja ein toller Kräuterkundler. Hat er Säfte dabei. Gut, dann reden wir drinnen hier nochmal mit dem... mit diesen anderen komischen Fuzzi da mit Alchemie und Blah. Da gab es ja auch noch irgendwo einen. Und vielleicht weiß der etwas über Sachen, die ich habe kann. Antiquitar, reisender Spieler. Antiquitar hat nichts, ne? Verdammt, ich sollte eigentlich... Ja, du mich auch. Was hast du denn zu handeln? Stimmt, der hat die Bücher. Immer wieder Versuche hier nach dem richtigen Typen. Kaufmann. Geht mal mit ihm. Okay. Bauer, Bauer. Wird die Milch auch sauer? Betrunken wollte. Nee, danke. Mit dem kriege ich jetzt nichts. Shani ist sowieso betrunken. Ja, hier, Zollter und She-Wade. Ach, das war hier der Zwerg. Ähm. Ich muss jetzt gehen. Bla, 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 bla. So, aber sonst hier? Ist hier echt niemand, der mir jetzt weitergehen kann. Ist ja bedauerlich. Na gut. Überlege ich mal gerade. Fackeln kriege ich wahrscheinlich auch nicht. Kann man ganz kurz gucken. Hier im Inventar. Also keine Fackeln. War ja klar. Es war ja so klar wie Klosbrühe. Hm. Aber wie mache ich denn jetzt Alchemie? Dämpfischer Regen. Ähm. Muster dafür an eine Feuerstelle oder sowas, ne? Auf einmal geht das Feuer an. Warum auch immer. Ähm. Held, Tagebuch, Inventar. Alchemie. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir Katze. Für Katze brauche ich noch was. Und zwar Kibirth und Kibirth. Habe ich das denn nicht? Ne, ne? Sonst brauche ich Rebus und Mixtur Trank. Okay. Das heißt, wo kriege ich Kibirth hin? Ja. Ähm. Nein. Ah. So. Hat denn hier der Kräuterkundler irgendwas von Kibirth? Von Kibirth? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hier, du da. Was? Was? Handeln. Weißt du. Ähm. Ne. 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 Auch nicht. Das ist nicht das, was ich suche. Drio, Rubedo. Ne. Ne. Kibirth. So was brauche ich. Ich möchte es haben. Einmal. Und davon brauche ich dann nochmal eins. Aber noch so ein Ding hat er nicht. Warum hat er denn nicht noch so ein Ding? Na egal. Wir müssen sowieso hier wieder raus. Und dann kommen wir jetzt kurz zur Hexe wieder. Zu Abigail oder wie auch immer sie hieß. Und da auch nochmal vorbeischauen. Wir müssen ja sowieso hier nach Norden. Haben wir jetzt hier unten eigentlich die Quest mit Odis Haus? Ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich herausfinden müssen. Aber irgendeine Quest führt mich auch noch nach da unten hin. Aber ich war doch schon da, oder nicht? Ach ne, ich habe das jetzt angeklickt. Äh. Ja, ihr seht. Ne, ich bin ein bisschen raus hier aus dem ganzen Zeug. Ähm. Mhm, mhm. Ne. Ist das, was ich suche? Ne, ne. Ne. Okay, gut. Dann können wir glaube ich einfach nach Norden und mit dem ollen Mikas sprechen. Von dem die Quest wieder annehmen. Und eventuell unter gewissen Umständen wird man das dann weiter. Hier, Abigail's Haus. Muss immerhin. Wir einen Weg nicht machen, sonst finde ich da nicht alleine hin. Und ich weiß halt immer noch nicht, wie ich hier irgendwelche Kräuter abbauen kann. Und ich weiß nicht mal, ob das hier die Kräuter sind, die ich suche. Und verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Was ist mit dir hier? Du musst auch hier so ein kleines Orangenbüschchen oder sowas. Aber hat auch nichts Tolles. Schade eigentlich. Fehlt mir so ein bisschen so die Einführung in das Ganze hier. So, Abigail. Was wollt ihr? Ich will handeln. Immer noch. Hast du hier irgendwas mit Gewehrt? Aha, aha. Aha, aha. Eta, Vitriol. Mikredo. Nee, nee. Braucht doch nur einen Trank fürs Erste. Da war doch hier. Gewehrt. Nehmen wir. Kostet 60 jeweils? Na komm, nehmen wir. Besser als nichts. Im Moment haben wir ja ein bisschen mehr Gold als zu Anfang. Wo ich mir ja nicht mal irgendwas leisten konnte. So, und dann muss ich jetzt meditieren. Wo kann ich denn jetzt hier meditieren? Hier haben wir eine Kiste. Ich könnte einfach was ausnehmen. Hier haben wir eine Kiste. Feuerstein. Das ist jetzt nichts, was mir jetzt weiterhängt. Puppe in Menschengestalt. Diese hier? Scheint ein Menschengestalt zu sein. Aha, okay. Das ist an Hanf befestigt. Und hier haben wir einen Gänsestall oder was soll das darstellen? Was ist mit dir hier, du Penner? Nein, es gibt keine Missionen für euch. Och, schade. Na gut, aber ich muss jetzt noch zurück, um irgendwo meditieren zu können. Irgendwie eine Feuerstunde oder sowas. Wie könnte es hier irgendwo angezeigt? Lagerfeuer, Lagerfeuer. Schmied. Da gab es irgendwo Lagerfeuer. Da können wir dann zurück hingehen, wenn wir dann sowieso gleich die Quest dafür haben. Und dann schauen wir mal. Man muss das ja irgendwie hier hinkriegen. Mit der ollen Alchemie. Weil ohne Katze trank, sehe ich halt leider die ganzen Gegner da nicht. Und das ist verdammt kacke. Wenn ich das mal so sagen darf. Und wenn ich die Gegner nicht sehe, dann ist sowieso Ende Gelände. Dann sehen die mich, bevor ich sie sehe und so weiter. Dann muss es ja nicht sein. Ja, ihr Tauben hier. Gucken wir mal ganz kurz, ob ich hier irgendwas an... Ist das ein Affe? Was bist denn du für ein komisches Tierchen? Affe, Mungo. Keine Ahnung. So, seid ihr Kräuter, die ich mitnehmen kann? Auch nicht. Alles keine Kräuter, die ich mitnehmen kann. Bedauerlich. Oder kann ich die Kräuter dann tatsächlich nur von Monster auf sammeln oder sonstiges? Ich weiß ja nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich so wenig wie ein World of Warcraft hier dann halt rumlaufen kann. Sehe ich, oh, Kraut und dann mitnehmen. Aber ist anscheinend nicht so. Verstehe ich noch nicht so ganz, aber okay. Hm. So ist das dann halt. So, mit dem hier. Ach, der heißt nicht Mikas oder Mikul. Oder Mikul. Weiß der. Ja, klar. Natürlich. Ich glaube. Jetzt kennen wir schon das Gespräch. Ja, komm, zeig ihm den ollen Ring. Der Geist. Ja, 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 ja. Ja, ja. Was auch immer. Ich sehe das auch ganz genauso. Ich bin ein Gewiss. So. Gemacht, getan. Und endlich jetzt zur Gruft. Halbe Folge jetzt wieder damit verschwendet, einfach nur auf den Stand zu kommen, wo wir beim letzten Mal waren. Zumindest so halbwegs. Ja, wir haben uns ja zumindest schon mal ein bisschen vorgekämpft. Und ja. Mal gucken. Das wird schon irgendwie. Regen. Schön. Ja, hey. Der ist mir sympathisch. Ich mag auch Regen. Ja, ich mag wirklich Regen. Besonders, wenn es hier so ein bisschen plätschert, wie hier jetzt so. Aber auch so extrem starker Regen finde ich auch super toll. Weil ich geh auch zu den wenigen Menschen, die tatsächlich Regen mögen. Und nicht verstehen können, warum manche Menschen dann einfach, weißt du, wegen so ein bisschen Regen sind da manche Menschen so, dass er halt, oh mein Gott, ich gehe ja nicht mehr raus. Nee, ich könnte ja nass werden. Weißt du, so das typische Gamer-Verhalten. Ja, ja, ja. Das ist das komische Ding da. So, hier ist noch irgendwo ein Lagerfeuer. Das Ding hier. Ich nehme auch so einen Schlafplatz. So, aber Feuerstelle ist jetzt das, was ich haben will. Und dann machen wir hier Alchemie. Katze. Möchte ich herstellen. Yay. Was hab ich denn jetzt mit mir mit hab? Katze. Da haben wir ihn. Dann werden wir gleich da drin verwenden. Achso, dafür muss ich jetzt einmal meditieren. Eine Stunde lang. Weil ich den halt hergestellt hab. Damit er auch fertig wird und so. Okay. Und dann ab in die gute Stube hier. Wo wir dann wieder die Frau sehen, die da am Boden liegt und bla. Blub, blub, blub. Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Die Gule sind wegen ihrer Leiche hier. Ja. Das kennen wir ja schon. Gut. Dann Inventar. Nehmen wir mal sowieso einen Schweiber. Einfach weil damit wir Lebensregeneration haben und dann den Katze-Trank. So. Und schon können wir hier im Dunkeln etwas ein bisschen besser sehen. Es ist natürlich doof hier, dass hier so viele auf Anna hier wieder attackieren. Weil ich kriege das irgendwie hin. Solange nicht wieder diese nervigen Soundfehler kommen. Und sie bekommen kaum Schaden hier durch den Gruppenangriff. Ähm. Leute. Mega uncool. Also halte ich mir die anderen hier so ein bisschen zum Leibe. Ich glaube zu schnell, okay. Ich habe auch wieder mega laut aus dem Kopfhörer hier. Und meine Güte, da fange ich wieder an zu schreien. Los, komm. Irgendwann muss er nochmal down gehen. Halte ich mir viel aus mit diesem Gruppenangriff hier. Ich muss hier wieder weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Normalerweise müsste ich hier so drauf gehen hier. Aber das Problem ist halt, dass die anderen mich dann immer sehr gut attackieren können. So. Einer weg. Und wenn die jetzt down sind, dann muss ich einmal ganz kurz Leben regenerieren. So. Geht doch. Wegstecken das Schwert. und aufsammeln, was sie getroppt haben. Der hat nichts getroppt. Der hat was getroppt. Einmal Vitriolzeug. Das ist schon mal gut. Nehme ich doch gerne. Und hier irgendwo ist noch einer. Genau. Der hat Kibir dabei. Das ist gut. Dann können wir den Trank bei der Zeit nochmal herstellen. So. Leben regeneriert sich eigentlich ganz gut. Dann werden wir eben wieder diesen Ort der Macht. Und das ist das, was so viel Krach gemacht hat. Ihr habt einen Ort der Macht gefunden. Was möchtet ihr tun? Ich weiß nicht. Ähm. Ritual der Magie durchführen. Warum auch immer. So. Wir gehen weiter hier durch die Dunkelheit. Komm ran hier. Was kommt denn da jetzt noch alles? Kommt ja noch mehr von den Viechern. Mehr von den Viechern. Mega uncool. Die sind verdammt stark eigentlich. Also sie halten zumindest viel aus. Und das könnte eventuell zum Problem werden, wenn da tatsächlich wirklich viele mal ankommen. Ich hoffe, dass dieser Tag nicht kommen wird. Aber trotzdem. So. Ich kann sich hier kaum noch wehren. Weil ich halt zu schnell klicke. So. Geht doch. Wegstecken. Aufsammeln. Was wir getroppt haben. Das ist üblich halt. Oh. Was haben wir denn da schönes dabei? Aha. 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 Neh. Ich mach alles mit. Zwölf Uhrens. Nie verkehrt. Und Vitriol. Auch nicht verkehrt. Dann hast du dabei. Auch nochmal ein bisschen kippiert. Das ist gut. Das ist sowas von dem, was wir nicht so viel haben. Im Kreis des inneren Feuers. Und ich hab hier das Arid hier nochmal erlernt. Ist doch Arid, ne? Oder so ähnlich. Und dann kann ich jetzt hier diesen komischen Feueratm machen. Wenn ich jetzt so... Was denn wie? Ach, ich glaube mit der rechten Maustaste. Schlimm, da war was. Wenn ich jetzt hier das auswähle, ist das wahrscheinlich gar nicht mehr so verkehrt.